hallo hier ist der christoph und schlosser 50 und ich mache wieder ein unboxing ich habe ja beim daniel vom kanal dirty cross sein gewonnen und dann möchte ich das mal gerne mit euch auspacken ja da habe ich unheimlich gefreut dass ich gewonnen habe und dann wollen wir jetzt was da so drin ist eine messerscheite da könnte ich mein klein paar drin unterbringen da gucke ich mal gerade passt da nicht ganz rein aber ich werde schon eine verwendung finden dafür und noch eine scheibe da werde ich mal ein kleines messerchen für bauen ein kleines schlüssel anhänger auch mit klinge vielen dank und da hat er mir geschrieben er hat mir noch zu dem preis ein altes taschenmesser dazu gelegt sehr schön ich sammle ja diese alten teile und das ist noch sehr gut erhalten klasse und nun zum eigentlichen preis zum colt von colt hatte ich noch nie ein messer und da bin ich jetzt mal gespannt ein sehr schönes messer vom aussehen her backlock sehr schönes teil kein clean spiel liegt super in der hand und das griff fennig gefällt mir sehr gut schönes messer das wäre es dann schon mal wieder gewesen kleines unboxing und dankeschön für den daniel vom kanal dirty cross jo leute bis zum nächsten mal denne und an dich daniel vielen vielen dank jo leute bis zum nächsten mal denne und 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 bis zum nächsten mal den 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 bis zum nächsten